Im Comedygewerbe, wo ich jetzt unterwegs bin, gibt es harte Konkurrenz und insbesondere der Schmunzeldoktor und Seicht-Entertainer Eckart von Hirschhausen ist arztfähig und ist sozusagen im selben Fangwasser unterwegs. Daher kommt es darauf an, wie können wir uns absetzen und Hirschhausen versucht, die Menschen zu kurieren, indem er sie glücklich macht, erleichtert und ihnen Hoffnung gibt. Ich bin ein klassischer Arzt. Ich arbeite mit Schmerzen, Bedrohungen und der Verzweiflung und bitte die Leute dabei noch eine Maske zu tragen.